Moin mal wieder, Gruß aus Münsterland. Es gibt mal wieder Neuigkeiten, die wir euch zu berichten haben. Neben mir, da steht der Florian. Der hat das hier jetzt gerade ein bisschen verbrochen. Und wir würden euch jetzt gleich gerne mal was ganz, ganz Feines zeigen wollen, was wirklich Geniales zeigen wollen. Und zwar zeigen wir euch jetzt den Velo-Swing von der Firma Thule. Das ist ein ganz neues Teilchen, was jetzt auf den Markt gekommen ist. Wir sind sehr stolz. Ich glaube, es gibt bis jetzt nur sehr, sehr wenige, die überhaupt mal in die Lage gekommen sind, diesen Träger zu installieren. Der Flo öffnet den jetzt mal und dann erkläre ich etwas dazu. Der hat ein bisschen was von dem Holländer, von dem Vanswing der Firma Memo, hat aber damit gar nichts zu tun, denn jetzt kommt es. Hier wird die komplette Anhängerkupplung weggeschwenkt. Das ist eine ganz, ganz, ganz andere Hausnummer, von der wir hier reden. Wir reden hier davon, dass wir tatsächlich Anhängelasten immer noch haben von 3000 Kilogramm und das Ganze gepaart mit einem Schwenkträger. Das heißt also, hier schwenkt tatsächlich jetzt die komplette Anhängerkupplung weg und nicht mehr, wie wir das sonst bei allen anderen Trägersystemen eigentlich kennen, nur der Träger selber oder halt eben nur ein Adapter. Hier kann ich alles benutzen, wie es jetzt da ist. Flo, machst du bitte noch mal zu, dass man mal eben kurz einmal erkennen kann. Mal einmal richtig. Er verriegelt jetzt auch mal das Ganze. Dann kann man das mal richtig gut sehen. Abschließen. Und das war's. Das ist der absolute Hammer. Das muss man mal tatsächlich sagen. Das ist edel, das ist schick. Es ist nicht ganz günstig. Da fangen wir mal bei 2000 Euro an. Dafür hat man aber tatsächlich zum einen die Anhängerkupplung mit 3000 Kilo Anhängelast und man hat zusätzlich noch den Schwenkträger. Und wie war die Montage? Das ging. Du hast jetzt heute Morgen angefangen. Es ist, glaube ich, alles ziemlich edel auch da drin versteckt. Kannst du noch mal eben kurz erklären, was da unten jetzt gerade ist? Da sagtest du, die haben die Kabelübergänge so genial gemacht. Willst du die vielleicht noch einmal ganz kurz zeigen? Jetzt zeige ich noch mal einmal eben die Kabelübergänge. Weil das ist schon edel. Es ist teuer. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber für mich im Moment wirklich der Hammer. Das ist keine Alternative zum Euro Carry Adventure. Das ist einfach was ganz, ganz anderes. Das ist wirklich was komplett anderes. Hier sieht man, es ist alles gut verstaut. Es ist nichts irgendwie, was so durch die Gegend eiert und nicht vernünftig festgemacht ist. Hier wird einfach ganz normal, wie man das gewohnt ist, der Fahrradträger draufgesetzt. Wie man das kennt, wird der Fahrradträger draufgesetzt. Hier hat man die Verriegelung. Warum die 3000 Kilogramm möglich sind, das liegt wohl in erster Linie. Das Geheimnis ist wohl genau dieser Einlass, wo halt eben tatsächlich aus dem Gegenstück dieser dicke Bolzen rausfährt. Genau, der zeigt das mal eben. Und somit habe ich also wirklich eine echt stabile Verbindung. Das Ding kriegt von uns, sage ich mal, ganz gepflegt, locker und ganz, ganz sicher mehrere Daumen hoch. Es ist eine Frage zwischen Daumen und Zeigefinger. Da brauchen wir nicht drüber reden. Kosten Schweine Moos. Ist aber genial. Wir machen beide so. Ist absolut super. Wenn das was für euch ist, ruft an. Einen festen Preis sage ich im Moment noch nicht. Aber er liegt auf jeden Fall etwas jenseits der 2000 Euro nach oben. Aber dafür hat man auch was Multifunktionelles. Das ist mal wieder das Neueste aus dem Münsterland. Einfach mal bis die Tage. Und Tschüss.